Musik Viele Leute wissen ja, dass ich seit zwei Jahren damit liebäugle, in die ADAC GT Masters einzusteigen. Mit viel Pech, das wäre in zwei Jahren nicht zustande gekommen. Und dann durch einen Zufall hatten wir Kontakt mit dem Team Rosberg und innerhalb von 48 Stunden Standort-Deal. Ja, und jetzt ab in die Masters. Die Umstellung vom SRM V8 auf den R8 vom Team Rosberg war natürlich nicht ganz einfach. Vorher hatten wir 750 PS, heute haben wir nur noch im Anführungs- und Schlusszeichen 550. Dafür extrem gut auf der Bremse, extrem gute Kurvengeschwindigkeiten. Und beim Rausbeschleunigen Runden, glaube ich. Ich muss mich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, an das Auto fahren, 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 dass wir noch schneller werden. Aber ich denke, die Zeiten, wo wir diese Woche gefahren sind, die machen mich sehr glücklich für die Zukunft. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.